Auf der Kuh kommt ein bisschen weiter. Wir haben uns in den nächsten Jahren mit dem Kuhn-Dihrs. Wir haben uns in den nächsten Jahren ein paar Wochen gekauft. Und der Stieflinge, der Stieflinge, der Stieflinge ist an der Stieflinge. Hier kommt der Wärtschmerz. Hier ist es natürlich der Schmerz. Aber diese grobe Atemüge für die meisten Kuhn, mit denen die Maßen so auf der Kuhn-Dihrs. Nach dem Löffel, was er hatte letztes Jahr genannt, das macht zwar noch ein bisschen auf dem Ort, und ich weiß, wie er es nicht steht, hat es jetzt nach, aber da fehlt noch die Routine so ausgeschieden, und so lange ist man noch zuvor dabei, muss man jetzt erst in die Löffel kommen. Aber das war der Stimme, 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 der Stimme! Stimme, Stimme, Stimme! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020